Ihr dürft bestimmen, was ich 50 Minuten lang zeichnen soll. Und heute muss ich zeichnen Maiglöckchen und Bär. Ich hab noch nie einen Bären gezeichnet. Der Timer hat aber schon gestartet und ich habe direkt angefangen zu skizzieren. Und 50 Minuten klingt vielleicht gar nicht so wenig, aber ich musste erstmal verstehen, wie Bären funktionieren. Das Gesicht muss dann so klein. Und schon waren nur noch 40 Minuten übrig. Ich hab dann alles grob ausgemalt und danach die Maiglöckchen hinzugefügt, bis es zum Fell von Bären kam. Ich hab also meine ganze übrige Zeit dort reingesteckt und am Ende noch schnell Wolken gemalt, bis schon die Zeit vorbei war. Mein Endergebnis sah dann schließlich so aus. Und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden damit. Lasst euch als nächstes zeichnen, denn...